Hallo und herzlich willkommen zurück zu BFGaming, solltet ihr mit einer weiteren Folge Helden Showdown und das könnte eine echt krasse Serie auf dem Kanal werden, denn Jatrex und ich werden heute mal ein paar Noobs wegglatschen. Wir haben eben schon privat gegen die gespielt, ihr denkt jetzt, boah krass, Alter, 399, was ist das? 89. Aber die sind komplett scheiße, wir haben die gerade mit der hellen Seite komplett zerfickt. Jetzt machen sie unsere An-Solo-Taktik, guck mal. Genau, und es könnte sein, dass wir so Helden schauen und Runden einfach mal öfter bringen, wie wir halt unseren Skill unter Beweis stellen, natürlich ohne arrogant zu wirken. Auch auf der, oh mein Gott, Hilfe. Sogar auf der neuen Map hier. Ja, genau, auf der neuen Map hier. Neu umgewandelt, wenn es wieder geht. Anakin kommt. Anakin hat zwei Hits. Ich habe keinen Ausdauer, ich habe keinen Ausdauer, ich habe keinen... Wow. Diese Noobs wegglatschen. Also wenn sie Anakin und Han Solo auch nehmen, das können wir auch machen. Das war nur, äh... Wir können das gerne auch machen. Wir können das gerne auch machen. Ne, nimm ruhig Wälder, nimm ruhig Wälder. Nein, wir gewinnen Bredi-Runde. Naja. Der hat auch einen Max, ne, der Typ? Jetzt, ja, er versucht zu flexen jetzt, weil ich mit meinem Max angebe. Wow, Alter, Junge. Aber er ist halt komplett kacke, so vom Ding. Also, bitte. Der hat Leia wahrscheinlich auch... Ja, ha, ha. ...in den letzten Tagen auf Max gelevelt. Alter. Hier fahren Noob-Wälder. Ja, ihr seht doch, was die Noobs sind. Die machen ja nichts, außer da hinten zu stehen und... Ja, ich kann versuchen, das Leia ranzuziehen. Die Volksverräterin. Der, die, die... Die snipe ich noch tot. Die Leia. Sag, wenn es dir gut passt. Die heilt sich, die heilt sich, die heilt sich. Ja, ich seh's. Ich mach da meine Minen rein. Oh Gott, ich werd jetzt sterben, glaub ich. Hab sie gestunt? Ja, perfekt, ja, perfekt. Einfach überleben, ich schieß meine Minen rein. Ja, easy. Gönn dir das Emote. Was ihr könnt, können wir auch. Ja, ich wollt grad sagen, nimm du Dings, dann nehm ich einen. Ne, ich hab dir jetzt auch mal schön gewertet. Vielleicht nimm Bober. Ja, dann machen wir's so, machen wir so. Carry ich. Ja, mir fehlen jetzt hier noch ein paar Devils für die drei Stelle geht's da, also. Ja, das ist schon angenehmes Thema, muss aber sein, genau. Galt. Ja, jedenfalls. Äh. Ganz so echt mit ihren Layern, ne? Ja, pass auf, die macht hier wieder ihr Sekundärfeuer. Also geh ruhig in Deckung. Oh, wow. Die zieht das wirklich durch, glaub mir. Hat das, was der auch, hat, äh, wird das Dings auch gebarft, ihr Sekundärfeuer? Ich weiß nicht, wieso. Hat vorhin irgendwie nur 20 Schaden gemacht oder so. Ja, gibt's aber auch ne Sterngart, dass das erhöht wird. Ja, ist aber nur 6 zum Schaden oder so. Ja, der Max-Typ, der Captain Marvel, ist der Lichtschwertheld. Äh, ne? Ja, 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 ja. Hab ihm wirklich, Griff? Vollidierig. Sekundärfeuer? Schade. Ja, du warst den Weg und der Stein auch. Wenn du ein bisschen auf Loop Eindreschen könntest, Mh, ich versuch's schon. Könnte ich ihr mit dem, äh, mit dem, mit dem, mit dem Pulskarten vielleicht. Die trifft auch gar nichts mit dem Sekundärfeuer, wenn ihr auf mich gehen will, echt. Ja, ich hab's gesehen, war, das war gut, war gut. Ja. Jetzt? Wie willst du da, Moll, wie soll ich mir? Wie du dich besser fühlst. Würde ich sagen. Ja, sehen wir wahrscheinlich eh wieder, Lars da. Ich will lieber, Moll. Ja. Es war schon arm. Also du wirst, falls du dir das Video hier anguckst, weil du hast ja gesagt, du guckst die eher an, wenn du die, wenn du dabei bist. Also vielleicht guckst du es ja wirklich mal an, Jan. Das war wirklich richtig arm, ey. Ich drück meinen Würgegriff, hab den Luke im Würgegriff. Zumal er einen am Anfang nicht gedrückt hat. Und dann, äh, ja, passiert da nix. Pass auf, die Fokus in mich. Ah, äh, Hahn, sag ich schon. Obi-Wan ist low. Ja, der regeneriert so viel wieder. Ja. Wie bei gehst du nach hinten? Das geht mir mal ein Stück nach hinten, einfach. Ich brauche Jetpack, ja. Ja, ich komme. Alles gut, alles gut. Ja, der fehlt. Hab ihn. Guck mal, wie er immer noch mich fokust. Ey, die sind so kacke, wirklich. Ich verstehe nicht, wie die so ein Level haben können. Ja. Ja. Ja, du bist jetzt auch tot. Buh! Armselig. Get good, Alter, get good. Die Runde ging sieben Minuten, ne? Wir sind sieben Minuten weggeklatscht. So lange. Ja. Ich weiß nicht, würdest du sagen, das war eine Einzelfolge oder willst du noch eine hinten dran hängen? Das liegt jetzt an dir. Naja. Eine Runde. Oder auch eine kann ja nicht schaden. Ja gut, dann machen wir noch eine. Also, Information an euch. Wir sehen uns nach einem kleinen kurzen Cut wieder. Hoffentlich haben wir nochmal dieselben, dann können wir die nochmal wegklatschen. Und ansonsten, genau. Bis gleich. Jetzt spielen wir hier auf der Map der Thüringer Klöße, also auf Agent Klaus natürlich. Und dementsprechend... So heißt er auf Deutsch, ne? Ja. Du musst mich hier ein bisschen schützen, das weißt du. Die wollen nicht wirklich da reingehen, oder? Ich dachte gerade. Wollen die wirklich? Der Imperator sollte eh schnell weg sein. Ich geh mal hier hoch, ne? Da. Ich geh mal die Robe angezogen, das erste Mal. Ja, stimmt. Okay, bevor der... Naja. Jetzt kommt der Imperator. Ja. Ups. Was wollte ich nicht? Der kommt frontal hinterher. Ja, die wollen mich fokussen, das weißt du. Ja, da ist Fokus in den Imperator. Direkt. Oh, oh. Alter. Ja, ich bin tot. Was willst du da machen? Bei so einer ekelhaften Kombi. Guck mal, er hat ja nur die Leute auf Max, ne? Der Typ. Boah, wie viel ist die Steffa verliert ja den Ausdauer-Eneken? Das ist ja nicht so. Ja, das ist bei Anakin echt so. Ja, da kann man nix machen, also ganz im Ernst. Ja, das ist auch armselig. Da kann man nix machen. Interator Max, also... Ja, ich weiß. Armselig. Wenn man lieber dicht wird hält. Meinst du? Ja. Wenn die jetzt einen Blaster hält haben, töte ich dich, ne? Der nimmt schon wieder einen, den der Max hat. Stimmt, der. Und wenn der jetzt mit Aiden ankommt, dann... Der hat nur so Kackleute auf Max, das siehst du doch. Ja, das... Ach, ja stimmt, das war Grievous, glaube ich, eben, ne? Ne, 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 war Moll. War Moll, war Moll, war Moll. Ja? Ja. Ich bin hinter ihn, ich bin hinter ihn. Moll überrascht. Moll low. Moll sehr low. Ich back wieder, ich back in der Ulti, ich back in der Ulti. 200 Bläden, die Schauss-Ulti und die Backer. Schäfft ihr mal. Also mit Lichtschwerthelden sind die so kacke. Die haben nur, also wirklich... Ja, perfekt. Die sind so kacke mit Lichtschwerthelden, jetzt mal ernsthaft. Nur weil sie hier einen Imperator halt haben, der die ganze Zeit von hinten rein blitzt. Das hat nichts mit Skills zu tun. Jetzt mal ernsthaft. Sieht man jetzt ja auch hier im Lichtschwerthelden. Eben. Schwerthelden ist halt immer so das Duell, da kommt es auf Skills an. Genauso wie auf das Blaster-Duell. Weil Blaster ist auch noch mehr, oder wie? Ja. Ja, ich hab da ja einen schönen Clip auf Kästchen. Also, vielleicht kann ich den ja einblenden, das war auch gegen die Gegend. Achso, ja, stimmt. Alter, get good. Siehst du, kaum geht's wirklich mal um den Skill, dann kommt sowas bei raus. Wollen wir nochmal zwei Lichtschwerth? Ja. Ja, ist klar. Nimm mal Luke, ne? Ja. Ey, lass ich doch mal lieber. Ich hab's ja probiert, aber... Wenn man dann die Wahl hat zwischen Yoda und... Ja, das ist ein Argument. Wird ja nur Zuckerfass geknommen. Oh, 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 ich glaub, die haben jetzt einen Lars-Helden. Nee? Gut. Oh, beide da. Ich hab' geblockt. Ich hab' geblockt, aber ich regenerier' das eh wieder weg, also. Die Pusht, da pusht er auf dich, warte, pass auf. Ja, 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 ja. Alter. Was ist denn mit ihm? Was? Dass der letzte Schlag von Raserei durch den Block geht, das weiß ich, aber der hat mir zwei Schläge durch den Block gemacht. Also, bitte. Wow. Die gewinnen auch nur durch sowas. Also, guck dir das mal an, also. Also, jetzt mal ernsthaft. Eine Runde, weil sie so einen dreckigen Imperator haben, wenn's um Skill kommt, verlieren sie dann und dann kriegen sie... Wow. Ich hätte das voll weg regeneriert. Oder fast voll. Wirklich. Und dann macht er mir zwei Schläge von der Raserei durch den Block. Der eine, dass der durchgeht, weiß ich. Aber das kann nicht sein, also echt. Ist das lächerlich, wirklich. Jetzt wird einer... Wir sind nicht... Ja. Blasse, oder nicht? Soll ich sonst, oder... Ja, ich weiß nicht. Auf der anderen Seite hatten wir halt den Imperator, kann auch sein, dass es jetzt nur was überlegt wird. Wir werden's verlieren, wir werden verlieren. Wir sind zu Ende, wir können das nicht verlassen, theoretisch. Das ist in der Schlacht streckig geworden. Ja. Du musst dich aber absolut verteidigen jetzt. Ja, ich... Gib mein Bestes, ne? Vielleicht... Fokus dich vielleicht auf Grievous, weil der hat ja keine Ausdauer. Also, du sollst mich jetzt nicht so verteidigen, dass du auf dem Gesicht bist. Ja, das ist Fiss. Ähm... Ah, sie kommen von da. Ja, sehe ich. Aber damit auch nicht sagen, dass du unbedingt von mir weit weg musst. Wie wär's tot ist mich? Ja. Der ist so low! Oh, ich hab ihm noch einen Headshot gegeben. Achtung, pass auf! Hab ihn! Nein! Das musst du machen. Das ist jeder Ehe bei dir. Der ist Level 30. Your Master really should have taught you not to be so in force. Your Master really should have taught you not to be so in force. Boom! Alter, get good! Digga. Ja, jetzt mal ernsthaft. Immer, wenn es um den Skill ankommt, dann können sie es einfach nicht. Wirklich. Was jetzt? Was jetzt? Mollen wir jetzt zwei... Ich weiß nicht. Wollen wir Lichtschwert? aber am Ende nehmen die wieder... Komm, nehmen du Lichtschwert, ich nehme den Blaster. Musst du wissen, musst du wissen. Ich nehme an, jetzt trauen sie sich nicht mehr. Der eine ist 24 jetzt, also der hat gewechselt auf jeden Fall. Der hat keinen Lichtschwert hält. Siehste, das war zu erwarten. Wir gehen hier direkt links hin, oder? Hier, ja. Ja, wegen Boba, aber. Ich würde hier oben, ja. Ich würde hier bleiben. Hier vielleicht in den Gang rein, weil hier kann Boba gar nichts machen. Ah, gönn dir. Er ist tot. Wow, er wurde nicht gestunt. Ich habe ihn weggebrochen. Wenn du mir vom Leib hältst, dann habe ich Boba. Habe ihn. Oh Gott. So, dann da... Halt durch, halt durch, halt durch, halt durch. Einfach nur blocken. Ja, alles gut. Haben wir jetzt eh gewonnen. Natürlich haben wir gewonnen. Das sind ja auch die Besten. Entschusssicheren Westen? Natürlich. Nein, es ist eh gut. Haben Sie es? Es war so klar. Es war so klar, dass sie es nicht schaffen. Nein, es ist gequittet. Es ist gequittet. Anselig. Anselig. Ja, ich mache es auch. Ist mir egal. Nein. Ach. Endlich. Schön. Also, ich denke, das war es dann für diese erste Folge von Helden-Showdown. Also, mir hat es richtig Spaß gemacht. Ja, super gemacht, Jan. In dem Sinne, möge die macht mir das sein. Hau da rein. Und ciao, Leute. Die, das war es dann für Sie. Heute. Nein, es war es dann für mich. Ja, das war es dann für mich. Nein, es war es dann für mich.